Kennst du das? Du möchtest unter Linux ein Programm ausführen und deine Datei öffnen, doch entweder passiert nichts oder es wird eine kryptische Fehlermeldung geworfen? Dann könnte es daran liegen, dass du nicht über die Berechtigung für die entsprechende Aktion verfügst. Doch das lässt sich mit einem einfachen Befehl ändern. chmod. Hinter diesem Befehl steckt ein Programm, mit dem man die Zugriffsrechte auf Verzeichnisse und Dateien ändern kann. Voraussetzung dafür ist jedoch das Vorhandensein eines Dateisystems, das die Unix-Dateirechte unterstützt. Dazu zählen beispielsweise ext, 2-4 oder xfs. xfs. Die Grundstruktur des Befehls ist sehr einfach. Zuerst schreibt man chmod, dahinter die Option, dazu später mehr, und anschließend die Datei oder das Verzeichnis, von dem die Berechtigungen geändert werden sollen. Okay, bevor wir jetzt weiter über Berechtigungen etc. philosophieren, schauen wir uns mal an, was das überhaupt bedeutet. Ich habe hierfür mal exemplarisch eine Datei test.txt herstellt. Um uns die Berechtigung anzeigen zu lassen, verwenden wir den Befehl ls mit der Option "-l", um uns weitere Details anzeigen zu lassen. Okay, das sieht zunächst etwas unübersichtlich und kompliziert aus. Ist es aber gar nicht. Die Berechtigung kannst du in dem vorderen Teil hier ablesen. Insgesamt gibt es 10 Stellen. Die erste Stelle gibt an, ob es sich um ein Verzeichnis oder eine Datei handelt. Wenn dort ein d für Directory steht, dann handelt es sich um ein Verzeichnis, wie hier beim Ordner temp. Wenn dort, wie bei der Datei test.txt ein Strich steht, liegt eine Datei vor. Möchtest du dir die Berechtigung nur für eine bestimmte Datei anzeigen lassen, dann schreibst du hinter ls-l einfach noch den Dateinamen, hier test.txt. Du musst dir die 9 Stellen hinter der ersten Stelle hier als Dreierpakete vorstellen. Jedes der Dreierpakete wird einem bestimmten Benutzertypen zugeordnet. Das erste Dreierpaket gehört zu dem Benutzer bzw. Eigentümer der Datei. Das zweite ist der Gruppe zugeordnet und das dritte allen anderen Benutzern, also weder Eigentümern noch Gruppenmitgliedern. Für jede der Stellen in den Dreierpaketen gibt es drei verschiedene Werte, nämlich r, w und x. r steht dabei für read, also lesen, w für write, also schreiben und x für execute, also ausführen. Wenn als Berechtigung für den Eigentümer also r, w' angegeben ist, dann bedeutet das, dass er die Datei lesen und überschreiben darf. Wenn du sie ausführen möchtest, also zum Beispiel beim Start meines Programms, wird zusätzlich noch ein x benötigt. Wenn du eine Datei für den Benutzer, die Gruppe und alle anderen sowohl zum Lesen, Schreiben als auch Ausführen freigeben möchtest, verwendest du als Parameter im Befehl chmod 777. Wo kommt denn diese Schnapszahl her? Nun, die Antwort darauf liegt im Binärsystem begründet. Man kann mit chmod Berechtigungen nämlich auf zwei verschiedene Arten vergeben, nämlich symbolisch und im Oktalmodus. Dabei werden drei Ziffern verwendet, die man zu einer Zahl zusammensetzt. Die erste Ziffer steht für den Benutzer, die zweite für die Gruppe und die dritte, du ahnst es schon, für alle anderen. Die einzelnen Ziffern laufen von 0 bis einschließlich 7. Du musst dir diese Zahlen im Binärsystem vorstellen. Schau dir bei Fragen zum Binärsystem gerne mein entsprechendes Video dazu an. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Jede Ziffer wird mit drei Bits dargestellt, nämlich von 000 bis 111. Das erste Bit steht für read, das r, das zweite für write, das w und das dritte für execute, das x. Immer dann, wenn das Bit auf 1 steht, ist die entsprechende Berechtigung aktiviert, ansonsten bei 0 deaktiviert. Dann steht beim Aufruf von ls-l dort ein Strich. Jetzt ist auch klar, weshalb mit 777 alle Benutzer, die Gruppe und alle anderen alles, also lesen, schreiben und ausführen dürfen. 7 entspricht dem Binärsystem der 1, 1, 1 und damit ist r, w, x gesetzt. Da das dreimal hintereinander kommt, geht das auch für die Gruppe und alle anderen. Wie sieht es aber mit 6, 4, 4 aus? Nun, 6 entspricht dem Binärsystem 1, 1, 0. Das heißt, der Benutzer darf lesen und schreiben. 4 entspricht dem Binärsystem 1, 0, 0. Damit darf er nur lesen. Da die 4 an zweiter und dritter Stelle vorkommt, darf die Gruppe und alle anderen nur jeweils lesen. Der Benutzer darf lesen und schreiben. Wenn wir chmod mit dem Parameter 6, 4, 4 auf test.txt anwenden, siehst du in den Berechtigungen das, was wir vorhin vermutet haben. Einfach, oder? Welche Berechtigungen werden für den Benutzer, die Gruppe und alle anderen erteilt, wenn wir als Parameter 6, 6, 0 verwenden? Schreib deine Antwort gerne unten in die Kommentare. Dieser Oktalmodus ist für viele bestimmt etwas kompliziert bzw. umständlich. Genau für diejenigen gibt es den symbolischen Modus. Der Parameter hinter den chmod setzt sich dann wie folgt zusammen. Zuerst kommt der entsprechende Benutzertyp, für den man die Rechte modifizieren möchte. Also u für User bzw. Benutzer, g für Group, also die Gruppe, und o für Others, also alle anderen. Diese können auch hintereinander geschrieben werden, zum Beispiel og für Gruppe und alle anderen. Statt u, g, o, mit dem man alle Benutzertypen gleichzeitig verändern kann, kann man auch einfach nur ein a schreiben. Danach kommt ein Plus, wenn man ein Recht hinzufügen möchte, oder ein Minus, wenn man ein Recht wegnehmen will. Zum Schluss notiert man noch, welche Rechte hinzugefügt bzw. entfernt werden sollen. Dafür kommen wieder r, w und x in Frage. Okay, dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir die Rechte von unserer Testpunkt txt mit chmod u, g plus x bearbeiten. Dann wird für den Benutzer und die Gruppe ein Recht hinzugefügt, nämlich das Recht, die Datei auszuführen. chmod g minus r bedeutet, dass die Gruppe ein Recht weggenommen bekommt, nämlich das Recht, die Datei zu lesen. chmod a plus r w x ist gleichbedeutend mit chmod 777, denn es wird allen Benutzertypen, ausgedrückt durch das a, ein Recht hinzugefügt, nämlich das Recht zu lesen, zu schreiben und auszuführen. Wie könntest du jetzt dem Benutzer und allen anderen nur noch das Lesen der Datei erlauben, wenn sie vorher alles können? Schreib deine Antwort gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.